Liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Schüler, unsere Programme zum Ende des Schuljahres sind schon fast eine Tradition und diese wollen wir natürlich nicht brechen. Wir wollen Ihnen und Euch zeigen, was wir im Unterricht, in der Bläser- und Singengruppe oder in der Vorbereitung auf den Rezitationswettbewerb gelernt haben. Deshalb wundern Sie sich bitte nicht, wenn noch Frühlingsgedichte dabei sind. Warum soll man sich wundern? Morgen ist doch erst Sommer anzeigen, also ist heute noch Frühling. Und mit zwei dazu passenden Liedern, Winter ade und eh noch der Lenz beginnt und nun ja auch dem Herrn alle Welt, eröffnet die Bläsergruppe unser Programm. Für den ersten Lied spielen wir Ihnen eine Strophe vor und dann bitten wir Sie, die übrigen drei Strophen mitzusingen. In der Hoffnung, dass Sie alle ein Liedblatt bekommen haben, wage ich dies zu sagen. Eine Strophe zur Einstimmung, dann haben Sie das Tempo und die Tonart und dann singen Sie bitte mit. Wer kein Blatt hat, vielleicht hat Frau Jo noch welche, der kann sich noch eins geben lassen. Wer hat noch Zettel gebraucht? Wer hat noch mit? Wer hat noch mit? Wer hat noch이야? Wer hat noch keine Zettel gebraucht? Wer hat noch? Wer hat noch eine Zettel gebraucht? Wer hat noch mia ich das Tempo und die Tonart Wer hat noch zu sagen? Wer hat noch diese T 있는 Tante öffnen? Winter, ade! Scheinen tut weh, aber das Scheinen macht, dass mir das Herze lacht. Winter, ade! Scheinen tut weh. Winter, ade! Scheinen tut weh. Winter, ade! Scheinen tut weh. Winter, ade! Winter, ade! Schnee von den Bergen rinnt. Aber dann kommt der Frühling. Singt das Vöglein schon freudigend Ton. Wir spielen eine Strophe vor und dann bitte wieder die drei Strophen mitsingen. Jedoch der Lenz beginnt, steht von den Bergen rund, singet das Läge zu, trug, 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 trug. Strophe vor und dann bitte die drei Strophe vor. Strophe vor und dann bitte die drei Strophe vor. Strophe vor und dann bitte die drei Strophe vor. Strophe vor und dann bitte die drei Strophe vor und dann bitte die drei Strophe vor. Strophe vor und dann bitte die drei Strophe vor. Und dann bitte die drei Strophe vor. Wir alle sind ein Leib. 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 Wir 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 sind ein Leib. Und ein Leib. Wir sind 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 ein Leib. Ein Sprichwort sagt deutsche Sprache, schwere Sprache, aber für Polnisch trifft das auch zu. Alle zeigen die deutschen Schüler einen Sketch in polnischer Sprache und Maxi und Herr Müller belehren mit ihrem Deutsch-Headlist. Das ist der Hund, das ist die Fliege, das ist der Frosch, das ist die Maus, ich bin die Katze, das ist der Schwein, das ist der Hahn, das ist der Kuh, das ist der Erzähler, der Erzähler. Die Geschichte handelt davon, dass ein Hund an ein Haus kommt, er klopft an, aber keiner wohnt drin, also geht er rein und jetzt Hunde da drin, dann kommt eine Fliege, die klopft auch an, der Hund macht ihr auf, jetzt wohnt beide da drin. Das passiert auch mit den anderen Tieren, bis auf die Kuh, sie klopft nicht an, sie möchte einfach rein, die Tiere versuchen jetzt zwar zu raten, aber sie hört nicht, dann geht das Haus kaputt und alle Tiere sind drauf. Alle, 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 alle Themen, hopp, 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 jetzt. Ja, nicht, ich bin die Träne. Und zwar zuzaj, gleich lasse die Munkur. Ich gehe da. Eiliger Domen Toch zu mieszka Ja, ich werde Das ta, das tań ze mną Hej lasse die Djam Ich gehe da. Eiliger Domen Eiliger Domen Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ameisenkinder gesehen, können sie nach sechs Tagen schon gehen, laufen die Ameisenkinder geschwinder als zum Beispiel die Mistkäferkinder, kriegen sie schon einen Klaps auf den Toast. Meine Lieben, die Sache ist so, der Ameisenkinder sagt, ganz kleine, der lügt, der betrügt, es gibt nämlich keine. Die Grille und die Ameisen von John De La Fontaine. Die Grille fiel für uns an, den ganzen Sommer lang. Schlecht bekam den Leichtwurst dies, als der kalte Norden blieb. Keine Lieben gehört es mehr, nicht ein Wörbchen zum Verzehr. Ungern kam sie zu Ameisen, bettelnd um ein wenig Speise. Wählte sie mit Wege schreit, dass sie etwas Korn geleiht, nur so viel wie nötig wäre, bis der Sommer wiederkehre. Und sie schwor, bei meiner Treu, ehe nächste Herbstwoche, zahle ich alles Stück um Stück, dir sogar mit Zins zurück. Nee, nicht gern, burcht die Ameisenkinder, fragte sie doch. Auf welche Weise brachtest du den Sommer hin? Schumpf nicht, fragt die Bürgerin. Hat mit Singern mich ergötzt. So, wie du sagst, dann tanze jetzt. Applaus 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 We live in stairs and ten floors, where are balconies, tall and green doors and doors. Our flat is just one, we have got four rooms, plus a kitchen, I like to live near, it's really, it's fun. I'm very near to the moon and the sun. A lot of people. Leser beschließen diesen Abschnitt mit dem Stück, alle vier sind schon da, einem doch höheren Weg. Jetzt sind Sie wieder gebeten, Ihr Liedblatt zur Hand zu nehmen. Wir spielen jetzt das wohl bekannteste Frühlingslied. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Hören Sie bitte erstmal wieder auf eine Strophe und singen dann anschließend die drei Strophen mit. Bevor Sie mitsingen, eine Frage. Haben Sie was gemerkt bei diesem Lied eben? Das haben wir ein bisschen anders gespielt. Dreistimmig haben wir gespielt. Die erste Stimme hier, die drei Damen. Und die zweite Stimme Nele und Luisa. Und die Unterstimmen hier, rechts um mir. Dreistimmig. Und jetzt mit Ihnen wird es dann vielstimmig. Zusammen. Musik 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 Applaus Das letzte Lied, meinem Gott gehört die Welt, da gibt es auch wieder was zu beobachten, sowohl äußerlich als auch klanglich, aber ich verrate es nicht, das merken Sie selber. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020